Was ist denn für Sie Sünde? Sünde? Eine gute Frage. Wenn ich zum Beispiel weil irgendwas an Ihnen mir missfällt und mich aufregt und ich Sie dann als störend Fried bezeichne. Also Beleidigungen sind Sünde. Okay, was ist noch Sünde? Was sind denn noch für Sünden? Was gibt es für Sünden? Meine Überzeugung nach Sünde. Was gibt es denn noch? Beleidigungen. Bedrücken. Also wenn ein Mensch Sie bedrückt, meinen Sie? Genau. Das ist auch Sünde. Okay. Das ist auch Sünde. Bedrücken. Ein Gegenüber zu bedrücken, das ist auch Sünde. Unzucht ist auch Sünde? Auch Sünde, ja. Alkohol trinken, ist das für Sie Sünde? Alkohol. Alkohol auch, ja. Beraubt das zu tun? Ja. Ja. Ja, Unzucht ist eine Sünde. Alkohol, also... Alkohol, Drogen, Mord ist auch eine Sünde. Sie fragten, Betrug ist auch eine Sünde. Alkohol, Sünde ist, Sie meinten auch der Genuss, das meint, auch der Genuss von Alkohol. Genau, genau. Richtig. Richtig, ja. Mord ist auch eine Sünde. Der Konsum von Zigaretten ist eine Sünde. Von uns auch, ja. Drogen, ja. Mord ist auch eine Sünde. Auch. Betrug, Heuchelei. Heuchelei. Schlecht zu den Eltern sein ist auch eine Sünde. Schlecht zum Nachbarn sein. Das Beleidigen, das Gewalt antun den Menschen. Rassismus ist auch eine Sünde. Extremismus ist auch eine Sünde. Also das heißt, es sind alle Sünden, wenn man sie begeht, dann muss man Gott um Vergebung bitten. Aber nur Gott, nicht irgendjemand anderen. Kein Priester in der Kirche, wo man eine Beichte ablegt, sondern nur Gott, Allah.